Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute haben wir zwei Adventskalender von Penny und da schauen wir mal rein. Wir fangen mal mit dem günstigen Schokoladenkalender an und gleich kommt dann noch der Alkoholkalender, also bleibt dran. So, nehmen wir mal hier den Schokoladenkalender und fangen mit der 1 an. Und jetzt die Nummer 2. Ein kleiner, süßer Pannenbaum. Die Nummer 3, die haben wir hier. Das nehmen wir von hinten ausdrücken. Ein paar Weihnachtskugeln. Die Nummer 4. Das ist so ein Teddybär mit Geschenk. Die Nummer 5. Ein Weihnachtsstern. Die Nummer 6. Wie gesagt, bleibt dran. Gleich gibt es noch den Alkoholkalender mit 24 kleine Schnäpse oder Whiskys oder sonst irgendwas. Mal gucken, was da drin ist. Was haben wir hier? Also hier haben wir einen Weihnachtsmann. Die Nummer 7. Übrigens, Kanal abonnieren. Weil ich habe noch andere Kalender ausgepackt. Könnt ihr mal reingucken in der Playlist. Da sind ein paar interessante Kalender dabei. Auch für den Mann. Für die Frau. Also schaut vorbei. So, hier haben wir so einen Stern. 7. Das ist die Nummer 8. Übrigens, der Kalender kostet bei einem Penny 80 Cent. Kann man machen. Hier das Ding. Was soll das sein? Ja. Irgendwie. Die Bilder sind auch hier im Kalender zu sehen. Ah ja. Ein Reiter auf einem Pferd. Das war die Nummer 8. Machen wir den Metall auf. Ja. Ein Junge mit einem Schlitten. Nummer 10. Ja, falls euch das jetzt ein bisschen zu langweilig ist, Schokolade. Könnt ihr ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, der andere Kalender kommt jetzt gleich direkt danach. Eine Kirsche. 10. Öff, 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 öff. Die haben wir hier. Ich habe mir gedacht, packen wir mal so einen Schokoladenkalender aus. Das war jetzt nicht der Knaller. Aber vielleicht will ja einer wissen, was hier drin ist. Ja. Nochmal ein Weihnachtsmann mit. Mit, mit, mit Sack. Nummer 11. Nummer 12 ist hier. Schneemann mit Rute. Nummer 12. Jetzt kommt die 13. Eine Weihnachtskerze. Nummer 14 ist, bis hier oben. Nummer 14. Nummer 12. Nummer 11. Tägemann mit Diabrottom. Nummer 14. Nummer 19. Nummer 18. Wir brauchen die beiden carbonlagen. Ja, aber direkt hier, ein Engel, die 17, ein Auto, 18, 18, 19 ist hier, eine Glocke, 19, 20 ist ein Schaukelpferd, 21 Stiefel und die 22. Na ja, Leute, gleich haben wir es, gleich wird es interessanter. 22 ist überhaupt irgendein Mädchen. 22, jetzt kommt der 23, ein Zug. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es in der 24 ist, das ist auch der größte Türchen. 24. Ja, der Weihnachtsmann persönlich. Und falls ihr es noch nicht wisst, der Nikolaus stammt ursprünglich normal aus der Türkei. Nur so, mal so zur Information. So, das war jetzt der Penny Schokoladenkalender. Für 19 Cent, kann man machen. Sieht ganz fett aus. Jutz, bisschen Schokolade auf dem Tisch. So. Und jetzt kommen die besten Momente. Das ist dann so ein schwer großer Klappkalender, den kann man aufklappen. Ransch, neben der Werkzeugseite. Ganz cooles Teil, kostet jetzt auch nicht die Welt, ich glaube 15 Euro oder so. Und den packen wir jetzt zusammen aus. Ist auf jeden Fall auch sehr schwer das Ding. Das ist jetzt hier eine Gewichtsangabe. Also auf jeden Fall ist es 24 x 20 Milliliter. 480 Milliliter insgesamt. Genuss ab 18 Jahren. Okay, hier hinten. So, das ist jetzt mal rum. Hier hinten hat man natürlich direkt die ganze Liste, was drin ist. Aber das interessiert uns jetzt nicht. So. Sieht sehr schön aus. So, jetzt schauen wir mal. Das ist ein richtiger Männerkalender. So, nach die Minute 1. Und hier kommt schon das erste Fläschchen. Einen schönen, leckeren Brattapfellikör. 17 Prozent. Ja, nach dem Video falsch wahrscheinlich tot um. Boah, riecht mega geil. Ah, übelst lecker. Schmeckt so richtig lecker. Nach koal Apfel. Wie da sind die Kör. Lecker, lecker. So, eins. 2 auf. Was haben wir hier? Beste Momente. Montens. Es ist Gin. 28 Prozent Gin. Ich denke mal so Gin Tonic. Ah, nein. Gin Tonic ist ja Gin mit Wasser. Also, purer Gin. Ja, probiere ich jetzt nicht. Aber ich bin kein Gin Trinker. So, die 2. Die 3. Die 3. Die 3 haben wir hier. Himbeer-Chili-Likör. Ja, Likör. Ja, Likör. Ja, Likör. Ja. Siehst du einen Schluck aus der einen Pulle und schon ist man am Nuschel. Ja. Okay. Nehmen wir die 3. Die 4. Die 4. Die 4. Die 4. Die 4. Die 4. Die 4 ist hier. Kokos-Orangen-Sahnen-Likör. Ja. Auch interessant. 15 Prozent Alkohol. Okay. Wo haben wir jetzt bei der 4? Und jetzt nehmen wir die Nummer 5. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal. Abonniere den Kanal. Glück schon aktuell. Meine Videos sind sehr interessant. So. Und zwar haben wir jetzt hier Amoretto-Likör. Ja. 25 Prozent Alkohol. Okay. Trinke ich zwar jetzt auch nicht so. So. 5. Die 6. Die 6. Hier ist die 9. Hier ist die 6. Hier ist die 6. Ah. Ja. Und das ist schon wieder was von dem Papa. Und zwar rum. Rum geht immer schön in den Cola rein. Oder pur. Okay. Rum. Die Papa sagen jetzt, oh mein Gott. So was zuckt man ja nicht in die Cola. Na gut. So. Das war jetzt die 6. Dann nehmen wir jetzt die 7. Dann nehmen wir jetzt die 7. Jetzt nehmen wir die 7. Das ist hier. Und was haben wir hier. Gin mit Limette und Basilikum Note. Okay. Das ist interessant. Das finde ich jetzt auch interessant. Dann probiere ich jetzt mal. Weil Gin trinke ich sowieso nicht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Limette riecht man auf jeden Fall. Ja. Ui. Ja. Boah. Da brennt er beim Hals zu. Hör mal mir. Ah. Äh. 7. Okay. Schmeckt gut. Aber ist nicht so mein Fall. Auf jeden Fall ist er. Ordentlich Bums sind da. Wie viel Prozent haben wir hier. 40 Prozent. Also das ist schon eine Hausmarke. So. Jetzt geht's. Acht auf. Gin mit Whisky. Ne Quatsch. Blödsinn. Ähm. Irischer Whisky ist das einfach. Okay. Ich habe schon zu viel Gin getrunken. Irischer Whisky. 20 Prozent. Äh. Leute. Jetzt habe ich es aber. 20 Milliliter. 40 Prozent. Acht. Neun. So ein gutes. Man muss ja jetzt nicht unbedingt an der Leernuckel. Kann man ja hinstellen. Und dann zu Silvester trinken. Äh. Grappa. Ja. Grappa. Ja. Ist so ein Anis. Geschmack. Also Lakritz mäßig. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich könnte ja mal in meinem Halloween Video gucken. Da habe ich auch Absinth getrunken. Absinth schmeckt auch so. Lakritz mäßig. Ist auch nicht so mein Ding. Aber könnt ihr ja gerne mal reingucken. War auch ein ganz lustiges Video. Mit richtig coolem Hintergrund. Wie gesagt. Schaut mal in das Halloween Video rein. Es war vorbei. Aber ist ja egal. Könnt ihr mal reingucken. So. Was sind wir denn jetzt stehen geblieben? Äh. Neun. Jetzt sind wir bei der Zehn. Dies hier. So. Was haben wir hier? Ach wieder Whisky. 40 Prozent. Ja. Also bis jetzt bin ich glücklich. Also. Da ich ja gerne Whisky trinke. Und das ist schon die dritte Flasche Whisky. Perfekt. So. Zehn. Und jetzt kommen wir zu der Öff. Ähm. Ah. Jetzt komm ich auch wieder auf dem Papa. Schwarzwald rum. Ich wusste gerne, dass es im Schwarzwald rum gibt. Hm. Aber auch wieder. 44 Prozent. Also. Die Dinger haben schon gut. Krawall in sich. Und da. 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 So. Was haben wir jetzt hier? von Ronischlicke. Zwölf. Jetzt nehmen wir die 13. Übrigens wollte ich mich mal bedanken für die ganzen Abonnenten. Ich habe jetzt schon über 1700 Abonnenten. Ich habe jetzt schon über 1700 Abonnenten. Und dafür sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. So. Und jetzt haben wir hier. Ah. Lavendewos aus dem Nordindien. Okay. Irgendein indisches Getränk. 40 Prozent. Hm. Okay. Alles passiert jetzt in Nordindien. Nach was kann das jetzt? Nicht sehr fruchtig. Ja. Ich würde sagen. Steht zwar jetzt nicht so drauf. Aber es geht so in den Bereich rum. Ja. War lecker. Mein Gott. Der Kalender ist echt gut. Also Leute. Die 14 Euro. Mega. Also. Ihr müsst mal überlegen. Wenn man sich jetzt solche Flaschen einzeln kauft. Von irgendwelchen Markenherstellern. Äh. Whisky. Rum. Tralalala. Könnt ihr gerne mal bei eBay reingucken. Nur einzelne Flaschen. Da bezahlt man im Durchschnitt schon 3 bis 4 Euro. Also. Die kleinen Flaschen sind meistens sehr sehr teuer. Also teurer als jetzt die großen. So. Wo sind wir stehen geblieben? Ah. 13. Da waren wir schon bei 13. Ja. 13 waren wir schon. Gut. Also der 14. Und zwar. Ja. Sind wir schon wieder im Schwarzwald. Schwarzwald Gin. Na gut. Die Gin-Dinger. Keine Ahnung. Ich mache mitmache. Vielleicht schenke ich hier einem Kollegen. Ich kenne da schon einen. Der so auch gerne trinkt. So. 14. 15. Ja. Das ist natürlich cool. 3 Jahre. Okay. 3 Jahre ist jetzt nicht so alt. Aber. Okay. 3 Jahre alter Jamaika rum. Ja. In so einem kleinen Flaschen. Auch wieder. 40% Alkohol. 15. Hier haben wir die 16. Haselnuss. Spiritose. 30%. Ja. Okay. Kann man da wahrscheinlich schön ein Cappuccino oder so reintröpfeln oder so ein bisschen. Oder wenn wir jetzt. Ist ja sowieso wie die Backzeit. Da kann man sich dann schön hier so einen Christstoll machen. Ein bisschen. Einer von den Dingern hier reinschütten ein bisschen. Ja. 16. 17. Ja. 17. 17. In der 17 haben wir. Brandwein. 40%. Ja. Ist okay. 17. Die 18 haben wir hier. Ja. Kokonat. Also Kokosnuss. Die Kirschen. Ja. Kann man auch wieder einen Kaffee schütten oder in die Backmischung geben. 19. So. Was haben wir hier. 5 Jahre alter Whisky. Ein Blend. 5 Jahre alter Whisky. Wunderbar. Auch wieder 40%. Also. Da haben die sich die Lumpen da. Ich hab gedacht da ist jetzt so ein Kram drin mit 4, 3, 7% irgendwie so was. Aber. Das ist schon ganz ordentlich. So. Nummer 20. Okay. Jetzt wieder so ein Brandwein. Und zwar mit 40% Alkohol. 20. 21. 22. Ich bin mal gespannt. Was auf der 24. Was da so schönes dran ist. Bin ich mal gespannt. Gin mit Gurken und Dill und Koriander Note. Oh. Das hört sich auch komisch an. Hm. Vielleicht schmeckt es ja. Wie viel Prozent? Auf 40. 21. Jetzt nehmen wir die 22. Und der 22. Wieder ein Birnenbrandwein. Ja. Was mir jetzt noch fehlt. So ein Obstlau oder sowas. Okay. Ist zwar schon so eine Art. Aber. Gut. Das kommt ja noch was. 22. Hier ist aber bei der 23. Ähm. Ja. Ja. Ist auch wieder so ein Brandwein. Ja. 30%. Gut. So. Trommelwirbel. So. Was haben wir jetzt in der 24 drin? Ich hoffe, wir machen mal richtig cooles Trommel. Ist zwar leider klein. Aber gut. Bisschen ein klarer. Na ja. Gut. Und schon wieder ein Gin. Aber diesmal mit ordentlich Karallo. Also 47%. Ist schon ordentlich. Ja. So Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf. Abonniert den Kanal. Der Kalender ist top. Kann ich euch empfehlen. Für den Preis. Super coole Sache. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.